Wir wollen uns erst eine typische, die körperhaltige Toilette kennenlernen. Dafür machen wir uns erst eine Schrittstellung. Eine Schrittstellung. Und wir drehen unsere Beine nach außen. So dass unsere Ferse in die Mitte treiben. So, jetzt verlagern wir unser Körpergewicht nach hinten. Der Oberkörper ist aufrecht, die Schultern zweitens nach unten und nach hinten. So, nicht dass es weht, wir dürfen es eingehen. Ja, das macht es groß. Jetzt nehmen wir die Arme locker. Die Heißgelenkung teilen und locker. Und die Verlängerung des Armes, nehmen wir nach vorne. Jetzt versuchen wir, mit den Armen zu variieren. Auf. 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 Vielen Dank.